Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. Heute gibt es ein ganz besonderes Video. Wir haben eingekauft. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir beide einen Herbst-Haul machen mit fünf Sachen. Und ich habe im Internet geshoppt und Eva ist in die Stadt gegangen. Ich bin in die Stadt gegangen mit meiner großen orangenen Tasche, passend zum Herbst. Überraschung, was bei mir drin ist, bei Kati. Ja, man sieht schon was. Wir werden es euch auf jeden Fall jetzt auch gleich zeigen. Aber nochmal kurz dazu, wir wollten herbstliche Sachen finden, vielleicht neue Bastelmaterialien. Irgendwas Schönes, womit man im Herbst basteln kann, dekorieren kann. Ja, und ich bin sehr zufrieden mit den Sachen, die ich gekauft habe. Eva-Sachen habe ich noch nicht gesehen, meine Sachen sah man hier schon ein bisschen. Also Eva hat schon mal geguckt, aber wir werden jetzt die nach und nach vorstellen. Soll ich mal anfangen mit dem ersten? Genau, und es gibt natürlich auch noch Bastelideen nachher damit. Genau, also wir machen noch eine kleine Bastel-Challenge. Voll-Challenge, heute alles in einem. Ich habe auf jeden Fall als erstes hier so eine dicke Rolle gekauft bei Amazon. Sieht ein bisschen so aus wie Absperrbahn. Nein, von der Dicke her. Das ist eine Stickerrolle, da sind ganz viele einzelne Herzen drauf. Ich lege mal direkt nach. Ich war übrigens bei Teddy einkaufen. Und ich habe auch Herzchen und zwar aus so Baumrinde. Oh, schön. Die kann man auch aufkleben, weil man kann sie aufhängen, wenn man so kleine Löcher noch reinmacht. Dann mache ich mal mit meinem zweiten Einkauf weiter. Das ist so ein super süßer kleiner Aufnäher, ein kleiner Fuchs. Der sieht so aus. Und den kann man sich auf so eine Jacke drauf nähen oder vielleicht auf ein Shirt. Ich fand den einfach so süß. Und der ist so richtig schön gestickt, aber hinten zum Aufbügeln. Ich habe auch was Fuchsiges, aber das hole ich jetzt nicht raus. Es ist nicht so, dass wir uns abgesprochen haben. Aber das sind auch so typische Herbstplassen. Genau. Ich hole was raus, was eigentlich nicht so ganz typisch Herbst ist. Aber was ich dachte, was eigentlich cool ist, so als Deko, nochmal so als Highlight, als Hingucker. Das ist ein Fotokarton mit Glitzer. Ja, sehr schön. Die finde ich zu jeder Jahreszeit super und ich dachte, den haben wir nicht mehr, den brauchen wir wieder. Das dritte ist auch wieder ein Tier und zwar Eule, auch ein herbstliches Tier. Das sind kleine Stempel und zwar gleich sechs Stück. Die habe ich noch gar nicht ausgepackt bisher. Ich habe noch Füchse. Füchse. Und zwar ist das so Dekoschnur. Oh, süß. Ich fand die auf jeden Fall auch mega niedlich. Ja, sehr cool. Dann bin ich schon wieder dran, ne? Ja, gut. Ich habe den Dauerbrenner Washi-Tape. Habe ich im Internet ja auch bestellt, auch bei Amazon. Das war so ein Dreierpack-Masking-Tape. Okay, ich mache mit meinem größten Teil weiter. Geht so ein bisschen in die Richtung von deinem ersten. Ich habe ja schon gesagt, ich finde dieses Packpapier super schön für den Herbst. Ach, und das sind Eulen. Das ist ein riesengroßer Block. Ne, 30,5 x 30,5 cm. Und das ist Hipster-Pappe. Wer heißt das so? Es heißt Hipster-Schick. Dann zeige ich mal mein letztes. Das ist nämlich übrigens auch Papier. Das ist eigentlich Geschenkpapier. Vier Bögen Geschenkpapier mit Faultieren drauf. Und ich habe mein letztes. Ich habe auch Washi-Tape. Das ist ein Dreierpack. Ich reiße ihn einfach mal auf. Hier sind so kleine Tiere. Ihr seht das gleich, das Ganze gleich natürlich beim Basteln nochmal in groß. Also ich finde, beide haben richtig schöne Sachen eingekauft. Ihr könnt natürlich gerne mal wieder unten in die Kommentare schreiben. Findet ihr eher Hashtag Team Evas Sachen cooler oder Hashtag Team Katis Sachen? Ich könnte mich gerade echt nicht entscheiden. Ich war völlig begeistert von meinen Sachen. Aber jetzt hat Eva auch so schöne Sachen mitgebracht. Oh, das ist so nett. Dankeschön. Aber ich muss auch sagen, ich finde dieses Geschenkpapier so genial. Finde ich auch so cool. Donut-Washi-Tape. Also ja. Naja, ich habe auf jeden Fall schon mal was vorbereitet. Zwei kleine Zettel. Auf einem Zettel steht Katis Haul. Auf einem Zettel steht Evas Haul. Und wir mischen die jetzt nochmal. Eva darf jetzt gleich einen ziehen. Und dann schauen wir jeder, mit welchem Material wir dann basteln. Okay. Katis Haul. Evas Haul. Wir tauschen also die Materialien. Donut-Washi-Tape. Dann kann es losgehen. So, ich zeige euch natürlich nochmal die süßen Sachen vom Nahen, die Eva gekauft hat. Ich finde die Füchse echt ganz besonders cool. Sehr, sehr putzig. Und an so einer Kette kann man also schön dekorieren. Dann die Herzen. Finde ich auch ganz toll. Habe ich aber noch nicht ausgepackt. Kann ich ja auch mal gerade rausholen. So, ihr Lieben, ich bin hier jetzt mit Katis Haul. Und ihr seht, die kleinen Faultiere liegen hier unten drunter. Das Papier ist wirklich super schön, aber auch ziemlich groß. Ich zeige euch jetzt die Eulen nochmal in groß. Hier seht ihr die eine. Es ist wirklich immer so die Stempelfarbe entspricht der Hülle hier drumherum. Muss aufpassen, dass ich hier das Papierchen drunter nicht versaue. Sechs Stück davon und entsprechend auch mit verschiedenen Mini-Eulen drauf. Also so richtig schöne, natürliche Rindenherzen. Damit werde ich auf jeden Fall was Schönes dekorieren können. Dann das Washi-Tape. Es ist so eine coole Dreierkombination. Eva hat es ja gerade schon gesagt. Kleine herbstliche Tiere an Luftballons. Das ist so süß. Für so kleine Babys finde ich das irgendwie auch passend. Also stelle ich mir gerade in so einem Kinderzimmer vor. Und dazu passend dann noch die beiden Rollen hier. Einmal mit den kleinen Wimpeln mit Rosa. Und hier, ich weiß nicht, glaube das sind kleine Schmetterlinge und kleine Wolken. Das Tape habe ich hier mit den entsprechenden Mustern. Zeige ich euch natürlich gleich im Verlauf des Videos auch nochmal in groß. Das Füchschen. Und eben hier diese Mega-Stickerrolle. Da sind bestimmt, naja tausende nicht, aber bestimmt hunderte Sticker drauf. Ja und eben dieses wirklich super, super hübsche Papier. Dann das Glitzerpapier. Das sind ehrlich gesagt nicht so ganz herbstliche Farben. Aber ich finde dieses rosa, das ist auch so ein bisschen alt-rosa. Das finde ich, kann man ganz gut, glaube ich, kombinieren hier mit diesem Packpapier-Karton. Ich werde euch jetzt verraten, was ich basteln werde. Ich habe mir schon was überlegt. Zusätzlich benutze ich übrigens auch noch Klebstoff und eine Schere. Das ist mit Eva abgesprochen. Also das brauchen wir noch, damit wir richtig gut basteln können. Und ich werde so eine kleine Aufbewahrung basteln, die man an die Wand hängen kann. Mit so kleinen Taschen. Und in denen kann man dann Sachen sammeln. So als Untergrund werde ich erstmal hier diese Glitzerpappe nehmen. Ich habe es mir jetzt folgendermaßen so ein bisschen überlegt schon. Ich werde eine Aufbewahrung machen. Es sind ja so Schreibtisch-Sachen. Das Washi-Tape und auch die Stempel sind so Sachen, die man gut auf dem Schreibtisch haben kann. Ich werde so eine Box machen aus diesem Papier. Allerdings denke ich, dass die Faultiere nach innen kommen. Nach außen kommt die weiße Schicht, die hier ist. Und die werde ich dann noch schön dekorieren. Das Füchschen bekommt dann auch noch einen Ehrenplatz. Und ja, so ist so momentan meine Zwischenplanung. Von den Blättern brauche ich auf jeden Fall nur eins. Und von dem Packpapier habe ich mir jetzt auch drei Muster ausgesucht. Einmal die kleinen Herzchen. Ich finde, die kann man das ganze Jahr gut haben. Dann habe ich diese Blumen. Ich finde, die sehen wirklich schön nach Herbst aus. Und Eulen haben wir ja eben schon gesagt, das ist auch so ganz typisch für den Herbst. Die brauche ich gleich alle zum Falten. Das Washi-Tape benutze ich natürlich auch. Und wenn ich fertig gefaltet habe und fertig aufgeklebt habe, dann werde ich hier mit den anderen kleinen Sachen noch dekorieren. Aber als erstes geht es los mit dem Falten. Als erstes lege ich das bunte Muster nach unten oder das Muster nach unten. Bunt ist es ja nicht. Klappe das einmal so rüber, also aufeinander. Und mache hier einen ganz leichten Knick. Dann wieder auseinander falten und in die andere Richtung einmal falten. Also hier schön aufeinander legen. Und hier hinten einmal einen Knick machen. Wenn ich jetzt auseinander falte, dann sehe ich hier in der Mitte die Mitte. Also die Mitte vom Blatt. Und dahin falte ich jetzt die Seiten. Ich habe es mir jetzt ein bisschen anders überlegt. Ich werde eine Falttechnik machen, bei der ich beide Seiten so ein Teil außen habe. Oben wird es einen weißen Rand geben und auf den werde ich die Herzchen aufkleben. Und auf die Herzchen kommen dann noch die Stempel drauf. Dafür lege ich es jetzt einmal so hin, dass ich es halbieren kann. Also Seite auf Seite falten. Und dass dabei die Faultiere außen sind. So, ihr seht einmal, einfach gerade falten. Dann falte ich hier ein Teil gerade runter, auf den einfach die Herzchen dann gut drauf passen. Damit es gerade wird, orientiere ich mich hier an den Rändern. Auf der Gegenseite falte ich ganz genauso. Dann öffne ich mein gefaltetes einmal, habe hier jetzt nur weiß und falte jetzt wieder die Seiten zur Mitte. Ihr seht dadurch, hier gucken die Faultiere noch so ein bisschen unterm Rand her. So, jetzt muss ich einmal schauen, wie rum ich die Tasche gleich da aufklebe. Ich finde es, glaube ich, so ganz süß, weil dann so die Eule gerade zu sehen ist. Dann klappe ich das nochmal auf und diese drei Seiten hier unten, die werden jetzt mit meinem Washi-Tape zusammengeklebt. Wenn man das Ganze als Briefumschlag benutzen möchte, dann lässt man das am besten einfach so. Füllt was rein, klebt einen Streifen drüber, damit es verschlossen ist. Aber ich möchte das ja als so eine Tasche haben, wo ich dann einfach immer was reinfüllen kann. Zum Beispiel Notizzettel oder so. Deswegen soll das ja oben immer auf sein. Entweder kann man jetzt oben das Ganze abschneiden oder vielleicht nochmal so rumknicken. Ich falte einfach nochmal die Spitze genau bis zu der Kante hier. Und dann falte ich das Ganze noch einmal so übereinander. Und dann noch einmal übereinander. Also, dass es dann wieder hier so aufliegt. Und das klebe ich auch mit Washi-Tape hier einmal fest. Und ich glaube, da benutze ich gleich nochmal das hier. Und jetzt nehme ich hier diese Laschen einmal hoch. Nehme dann hier die Ecke und falte sie hoch. Hier entsteht so ein kleines Dreieck. An allen anderen Dreiecken mache ich das auch. Und darüber wieder die weißen Laschen. Alles gut festdrücken. Und jetzt kann ich das öffnen. Und bekomme eben eine Box. Und darauf verteile ich jetzt die Sticker. Und in den Stempeln habe ich sechs Stück. Das heißt, an jede Seite kommen drei Sticker und dann auch drei Stempel. Oh nein, der ist nur so halb. Aber nicht schlimm. Ich versuche es nochmal. Eine halbe doppelte Eule. Und von meiner Eule, die ich eben extra hier oben gelassen habe, damit man die sieht, ist jetzt nicht mehr viel über. Aber ich finde es so einfach praktischer. Dann kann man hier besser was reinfüllen. Damit es auch hier schön stabil ist. Ich merke schon, hier wird das auch relativ leicht reißen. Kann man da natürlich auch nochmal einen Washi-Tape-Streifen drüber machen. Ich werde da jetzt einfach nochmal von diesem hier ein bisschen drüber kleben. Oder vielleicht einfach so einmal komplett drüber. Dann ist es hier auch nochmal schön stabil. Das war jetzt Tasche Nummer eins und davon werde ich jetzt noch zwei weitere falten. Jetzt kommt auch noch das Washi-Tape zum Einsatz. Ich nehme mir jetzt hier einmal die Seiten vor. Und um die auch noch so ein bisschen zu stabilisieren. Ihr seht, hier ist immer so ein kleiner Teil, der halt offen steht. Klebe ich das hier einmal mit ab. Auf die andere Seite kommen diese herbstlichen Motive. Ich habe mir überlegt, ich klebe noch ein paar weitere Herzchen mit auf. Wenig später habe ich drei gleiche Taschen fertig. Natürlich ein bisschen unterschiedlich mit den Mustern. Und die kann man jetzt so ein bisschen ineinander stecken. Also hier oben stecke ich jetzt die nächste Tasche rein. Und hier in die Tasche stecke ich oben wiederum die nächste Tasche rein. Ich drehe das Ganze um. Und von hinten kommen jetzt die Glitzerpappen dahinter. Natürlich so, dass man dann an den Seiten noch Glitzer sehen kann. So und so. Dafür habe ich ja Klebstoff. Die sollen das Ganze dann gut zusammenhalten. Deswegen auf jeden Fall hier auf die Seiten. Schön hier in der Mitte einmal Klebstoff. Hier an den Rändern. Und genauso hier. Damit das Ganze noch ein bisschen stabiler ist, klebe ich hier hinten die beiden Pappen noch ein bisschen zusammen. Das könnte ich auch mit Washi-Tape machen, aber das ist mir ein bisschen zu schade. Deswegen benutze ich da einfach nochmal durchsichtiges Klebeband. Das kommt jetzt hier nochmal auf diesen Übergang. Also zwei Herzchen-Seiten, zwei Washi-Tape-Seiten. Und um hier innen jetzt die Sachen noch richtig gut sortieren zu können, mache ich noch weitere Boxen aus dem restlichen Material, was ich noch habe. Dafür mache ich daraus auch Quadrate und falte die Boxen nach dem gleichen Muster wie die große. Hier mache ich jetzt einmal die Faultiere nach innen. Jetzt fehlt natürlich noch das kleine Füchschen. Ich habe ja versprochen, es bekommt einen Ehrenplatz. Ich versuche es mal hier irgendwie so zu integrieren. So guckt das Füchschen dann über das ganze Herbstzeug hier auf dem Washi-Tape. Hier innen ist alles gut verstaut. Die Rolle steht einmal hier aufrecht. Dann sind hier die Stempel. Ich hatte sie eigentlich mit der schmalen Seite nach unten gepackt. Ich mache sie jetzt mit der Stempelseite nach unten. Dann fallen sie einfach nicht um. Aber außen auf der Box kann man natürlich sehen, welche Stempel welche Farbe haben. Das Washi-Tape ist gut verstaut. Und so kann man das Ganze dann natürlich sehr organisiert auf dem Schreibtisch oder in der Schublade unterbringen. Also drei Boxen aus einem Blatt gebastelt. Und eben hier das kleine Füchschen als niedliche Deko. Kann es sich verstecken? Kann es wieder nach oben gucken? Das geht daher, weil das Schwänzchen eben hier in dieser Lasche eingeklemmt ist. Und ich hoffe natürlich, euch gefällt diese niedliche Herbstidee. So, während das jetzt hier alles trocknet, kann ich schon mal schauen, wie ich hier noch ein bisschen weiter dekoriere. Ich finde die Herzen, die können wir noch schön auch noch hier so mit draufkleben. Also hinten Klebstoff drauf. Ich glaube hier an die Seite kommt mal so das Erste. Noch ein Herzchen auf die obere Tasche. Und jetzt ist mir auch noch eine gute Idee gekommen, was ich mit der Fuchskette mache. Die habe ich schon mal abgewickelt. Mit dieser Fuchskette werde ich die Aufbewahrung jetzt an der Wand befestigen. Dann braucht man einfach nur oben einen Nagel oder vielleicht kann man es auch an so einen Poster-Stripe oder so kleben. Oder vielleicht mit ein bisschen Washi-Tape oder Tesafilm festkleben. Und dann kommen da die beiden Bänder so runter mit den Füchsen. Und unten hängen dann die Taschen dran. Und schon ist meine süße Aufbewahrung fertig. Ich bin sehr begeistert. Also gefällt mir richtig gut. Wenn man das in der Nähe vom Schreibtisch aufhängt, kann man da zum Beispiel Stifte reintun. Oder ich habe hier so ein kleines Stickerheft mit drin. Briefe. Also so ein paar Sachen kommen da schon ganz gut unter. Alles schön übersichtlich. Man kann sich das Ganze ja auch noch beschriften. Und zum Beispiel hier aufschreiben Briefe. Und dann kommen in dieses Fach nur die Briefe. Also da hat man viele coole Möglichkeiten. Ja, super niedlich. Die kleinen Füchse sind hier oben. Damit wird das Ganze hier gehalten. Also ja, eine sehr, sehr süße Herbstidee mit den Sachen, die Eva eingekauft hat. Und ich merke gerade, das Herzchen hält hier noch nicht so gut. Das muss ich glaube ich doch noch ein bisschen länger trocknen lassen. Ja, da sind wir wieder zusammen. Yay, ich habe mein Füchstchen mitgebracht. Und alles ganz fein einsortiert. Sehr süß. Es guckt so rüber. Ich finde es in der Kombination mit dem Washi-Tape so niedlich. Ja, richtig herzlich. Ja. Und besonders auch, wenn es da so rüber guckt mit so einem kleinen Eukleid. Und ich sehe, du hast hier innen drin nochmal so kleine. Genau. Die kann man sich auch so rausnehmen. Wenn man sagt, ach, jetzt brauche ich mal die Stempel, nehme ich mir das raus, ne? Genau. Es ist halt zum in eine Schublade reinstellen, hat man das Ganze ordentlich drin. Ich habe eins von den Blättern halt benutzt. Die Hälfte. Ja, ich sage mal die Hälfte. Nicht wirklich die Hälfte. Ja. Ein großes Quadrat, um die große Kiste zu machen. Dann die Reste, um eben die kleinen zu machen. Und das Füchschen, wie gesagt, versteckt sich hier, bevor es dann vielleicht irgendwann tatsächlich aufgebügelt wird. Oder es bleibt einfach für immer hier in der Kiste. Und guckt immer da so süß rüber, ne? Genau. Hat ein Zuhause gefunden. Ich habe ja auch die kleinen Füchstchen. Füchstchen weg. Die sind hier oben bei mir. Daran hängt man das Ganze auf. Ah, ich finde die so süß. Also alle Füchse. Dann habe ich hier diese kleinen Taschen, wo man verschiedene Sachen drin aufbewahren kann. Ich habe mich nur entschieden, dieses einfache Rosane zu nehmen. Ich wollte jetzt nicht zu viel. Zu viel Glitzer. Und ich finde, das passt auch gut mit dem Rosa wieder hier mit diesem Washi-Tape. Hier kann man Briefe drin aufbewahren, Sticker. Richtig cool. Ich mag auch dieses Braun. Ich mag Braun und Rosa total gerne zusammen. Super, super hübsch. Und auch mega praktisch. Also mit den beiden Sachen. Es passt auch beides total gut zusammen, ne? Ist man richtig gut ausgestattet. Einen Schreibtisch-Makeover könnten wir damit machen. Wir hatten das Thema ja komplett freigelassen, aber haben uns wieder so in die gleiche Richtung bewegt. Ihr könnt natürlich wieder abstimmen. Natürlich einerseits, wer hat die cooleren Materialien eingekauft und andererseits, wer hat was cooleres damit gebastelt. Also gerne unten reinschreiben. Ihr könnt dann auch gerne schreiben, Einkauf, Hashtag Team Eva und Basteln, Hashtag Team Kati oder so. Oder beides, Team Beide. Also ist euch frei überlassen. Könnt ihr gerne unten reinschreiben. Und sonst schaut natürlich auch unsere anderen Videos. Abonniert unseren Kanal. Und ja, schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss. decisiv. Oder beides.